Also wenn Sie wollen, können Sie den Job haben. Ja, sehr gerne. Den Arbeitsvertrag bekommen Sie dann in den kommenden Tagen. Super, ich freue mich. Drei Wochen später. Chef, sag mal, haben Sie einen ganz kurzen Moment? Na klar, Timo, was gibt's? Sie meinten doch vor zwei Wochen bei meiner Einstellung, dass Sie den Arbeitsvertrag jetzt bald fertig machen. Wie sieht's denn damit aus? Ach, da bin ich leider noch nicht zu gekommen, aber der steht nach wie vor bei mir ganz oben auf der Agenda. Irgendwann später. Chef, wo wir hier gerade so sitzen, hatten Sie mittlerweile Zeit, sich um einen Arbeitsvertrag zu kümmern? Leider noch nicht, ich habe aktuell einfach zu viel um die Ohren. Aber ich arbeite jetzt schon seit mehr als wie drei Monaten hier. Meinen Sie nicht, es wird langsam mal Zeit? Ich packe mir das jetzt ganz oben auf die Liste drauf. Also ich kümmere mich da wirklich drum, also versprochen. Viele Monate später. Timo, schau mal, ich habe ja was für dich. Oh, endlich mein Arbeitsvertrag nach nur acht Monaten? Nee, nee, dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Aber schon mal die Änderung deines Arbeitsvertrages, weil nächsten Jahr wird ja der Mindestlohn erhöht. Das wollte ich schon mal vertraglich festgehalten haben. Ähm, damit Sie eine Veränderung an meinen Vertrag vornehmen können, ne? Braucht es dafür nicht überhaupt erst mal einen Vertrag? Ach, das nehmen wir nicht so streng, was das angeht. Aha, was Sie nicht sagen.